Servus und herzlich willkommen bei Max Wireless.de. Mein Name ist René und vor mir liegt der Mobilhotspot Huawei E586e. Das Gerät ist für 130 Euro auf dem deutschen Markt erhältlich, momentan nur beim Onlinehändler und nicht bei irgendeinem deutschen Netzbetreiber. Wir packen das mal aus. Hier die Folie abnehmen, damit das Ganze dann nicht mehr spiegelt. Oberhalb wie immer ist Display zur Anzeige von Akkustand, Empfang, Technologie, der verküpften WLAN-Geräte, ob eine SMS gekommen ist und neuerdings hat auch Huawei die Datenvolumen-Anzeige im Display integriert. Weiterhin ist eine Neuerung, dass die Uhrzeit angezeigt wird und ob das Gerät sich im Roaming-Netz befindet. An der Seite ist ein Anschluss für eine externe Antenne und der Einstalter zur Vereinfachung der WLAN-Verbindung wird WPS unterstützt. Unterhalb haben wir wie so oft den USB-Anschluss zum Laden und verbinden mit dem Laptop. An der Seite kann zum Datenaustausch eine Micro-SD-Karte einlegen. Oberhalb ist dann noch für den Schlüsselanhänger ein Band zum Anbrillen. Auf der Rückseite kommt die SIM-Karte und der Akku rein. Im Lieferumfang mal wohl nicht der Akku mit 1500 mAh, was bei Huawei für ca. 4,5 Stunden Laufzeit im UMTS-Netz langt. Daneben dann noch ein Quick-Start-Guide und dann kommt raus das USB-Kabel für den Rechner. Jetzt haben wir dann noch zum Vergleich daneben den E586. Wie man schon sieht, designtechnischen Unterschied. Akkulaufzeit ist dieselbe von der Akkukapazität her. Und genau. Wie man schon gesehen hat. Die Musik